Liebe Campingfreunde, ich bin heute bei Scuddy in Kiel zu Besuch. Scuddy ist eine Wortschöpfung aus Scooter und Buddy, also Scooter und Freund. Das sind diese dreirädrigen E-Scooter mit unwahrscheinlich toller Technik. Ich bin ganz begeistert davon, als ich mich auf den Termin vorbereitet habe. Ich zeige es euch gerne. Es ist auf jeden Fall ziemlich einzigartig, dass wir komplett hier entwickeln. Wir stehen komplett dahinter. Mein Name ist Tim Ascheberg, ich habe mit meinem Kollegen Jörn Jakubi den Scuddy entwickelt bzw. das Scuddy Imperium erschaffen. Es gab einfach nichts Schlauch, Haltbares, mit Straßenzulassung, mit einem schnellen Service und so weiter. Das sind so unsere Qualitätsmerkmale, auf die wir bis heute sehr, sehr viel wert legen. Wir haben mit kleinen Prototypen angefangen, noch aus Stahl. Hauptsache erstmal gucken, funktioniert das mit der Lenkung bis hin natürlich zu 3D-Simulationen und dabei ist halt dieser Scuddy entstanden. Natürlich gibt es im Bereich des Fahrzeugs selber so viele Knalleffekts wie Schnellladefähigkeit, Energierückgewinnung, 1,5 kW, Motorleistung, der Faltmechanismus. Wir haben halt ganz, ganz viel Technologie in dieses kleine Wunderwerk gesteckt. Da sind wir ganz weit oben im Markt, sicherlich in der Nische, aber das macht es halt auch geil. Das ist der komplette Akku. Den haben wir halt im Gegensatz zu anderen Herstellern ins Design integrieren wollen und auch getan. Das hier ist der Verriebelungsmechanismus, wenn das Fahrzeug zusammengefeilt ist, zum Trolley und der Hebel unten ist, kann ich nicht lenken. Das heißt, ich kann ihn einfach wie eine Sackkarre hinter mir herziehen. Wenn ich ihn nach oben mache, ist er fahrbereit und die Lenkung ist freigegeben. Natürlich kann was kaputt gehen, aber der Unterschied bei uns ist halt, was man uns erreicht. Jedes einzelne Teile haben wir auf Lager. Das ist also wirklich so, dass wir immer instantly den Support bieten können. Wir haben auch gesagt, wir wollen so wachsen, wie wir es lieben, weil letztendlich ist das hier mein täglicher Job und das Größte, was ich erreichen möchte, ist, dass ich morgens gerne zur Arbeit gehe. Mein Kollege genauso und die Leute, die hier arbeiten, natürlich auch. Das war mein Tag bei Scuddy in Kiel. Ich durfte diesen tollen E-Scooter kennenlernen mit dieser Neigetechnik, mit Energierückgewinnung, mit hochwertigen Komponenten, die von namhaften Zulieferern aus Deutschland gefertigt werden, Gussteile. Entwickelt wird hier bei Scuddy selbst unwahrscheinlich viel. Es ist ein sehr, sehr innovatives Unternehmen, die immer neue Ideen haben und die Fahreigenschaften, die Fahrdynamik, die Fahrleistung und vor allen Dingen der Klappmechanismus von diesem Scuddy Premium sind wirklich einmalig. Gerade im Bereich Camping ist es ideal, man klappt ihn mit wenigen Handgriffen zusammen und er passt eigentlich in jedes Staufach. Das hat mir hier sehr gut gefallen. Vielen Dank auch an Tim Ascheberg, der sich die Zeit genommen hat, mich hier so ausführlich herumzuführen und mir alles zu zeigen. Wirklich ein tolles Team. Danke!